ja leute was geht ab kleines update info zu unserem server und zwar wie ihr seht hier mein weihnachtsbaum ja christmas ist da und da hat einer was gewonnen da hat einer was gewonnen was hat er gewonnen 40.000 gewonnen leute es ist nämlich eine neue lotterie da für eine kurze zeit schätze ich mal dann ist es die weihnachtslotterie da kann man geld einzahlen aber wir sagen erst mal hier also es gibt es gibt so viel neues es gibt es gibt ein weihnachtsbaum und und was ich unbedingt noch sagen wollte ist falls ihr sterbt ihr könnt für 900 coins also ihr habt eine bank könnt ihr für 900 coins diese vier parts holen also main rotor jerrycan engine und fülltenkpark dann könnt ihr immer hin und her fliegen mit den inseln das braucht immer ein mozzi aufzubauen jetzt kommen aber zum wichtigsten thema und zwar die lotterie da kann man nämlich jetzt 1.000 2.500 oder 5.000 setzen wir werden jetzt einmal 1.000 setzen um zu zeigen wie das funktioniert 1000 bedeutet ihr kauft euch ein ja ihr kauft euch ein los hier 1000 dollar steht da ja jetzt haben wir die dosen bei 736 gezogen das heißt wir müssen ein bisschen warten bis das ausgelost wird dauert ungefähr so fünf bis zehn sekunden ajo wird close but better luck next time wir haben verloren ok wir haben verloren das heißt wir werden neues los kaufen diesmal kaufen 5000 da steht ihr seht dahinter steht einmal zweimal dreimal wenn der moment bekommt man bekommt das dreifache an preis natürlich also statt 10.000 gewinnt man an 30.000 das gute aber an der lotterie ist ja lag number ist 480 das gute an der lotterie ist man gewinnt nicht nur geld sondern raketenwerfer as 50 alles mögliche baumaterialien also es ist als 50 ist natürlich jetzt nicht so toll raketenwerfer finde ich mega toll safes peri hat drei safes auf einmal gewonnen weil er halt natürlich immer dreifach wettet und es kann viel kosten es kann aber auch viel glück bringen was haben wir jetzt hier keine wo ist denn der tischlampen carson der war doch hier irgendwo da ist er doch und jetzt schaut euch mal diese waffen der hat nämlich vier stück von denen gewonnen von der as 50 holy und wir werden jetzt hier auch wir werden die ganze nacht durchspielen nicht dass der spiel sich werden oder so aber ihr könnt bazookas gewinnen peri hast eine da wir zeigen euch mal was der peri der ist schon ein bisschen am zacken gewesen hat sich 500.000 erarbeitet naja wir hatten natürlich auch ein gutes start das nicht neben mir stehen aber dann gehe ich auf die andere seite jetzt sagen wir was der peri hier schon so abgesandt hat natürlich verkaufen wir das meiste wieder ihr dreimal rpg 7v ihr könnt euch auf geile videos freuen sogar fünf magazine dazu ich glaube magazine kann man hier nicht kaufen und da hat er eins in der hand und wir werden jetzt mal ein bisschen hier zocken dann gibt es die abgesehen hat es gibt noch so hüte und feierbergs hüte ich weiß nicht kann glaube ich nicht anziehen oder ich glaube nicht aber 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 das feierberg kommen abschießen kann einer von euch mal in feierberg abschießen da muss man aber gewinnen also kann man das nicht kaufen weil steht bei sein der drang der linke maus dass du mit dem raketenwerfer du kannst eh keinen außer den selber töten ja wahrscheinlich ist ja safe zone komm leute wir müssen gewinnen wir müssen gewinnen tischlampe carson hat schon aufgehört zu spielen taschen schon voll haupt gewinn oh mein gott ich glaube ich glaube ich bin das ich glaube ich bin das ne ne das ist der typ hier der cheese cheese hat won a rabbit in the lottery trader city das geht ja leider nicht ich habe eben drei schweinchen gewonnen oh mein gott hat wieder gewonnen der cheese was hat er diesmal gewonnen rabbit hat er hat jetzt einen hasen als hut oder naja ist dumm gemacht aber er hat einen hasen als hut no rabbit head to go with my rabbits hat er jetzt ernsthaft einen hasen hat er ernsthaft die ganze zeit jetzt einen hasen als hut da jaja das ist eine coole idee ist vom admin eingeführt worden so als weihnachtsstimmung ich weiß nicht ob das sein eigenes script ist also ich habe gehört er kann auch ordentlich er hat wieder gewonnen der cheese wie kann er denn so oft gewinnen yo cheese läuft bei dir drei mal keymarkers kid ok ihr seht auch man kann auch tools gewinnen hier sehen wir schon einer hat holz gewonnen einer hat müll gewonnen naja man kann auch schlechte sachen gewinnen es gibt ja auch nieken ne also schlechte gewinnen sind nieken nein ich habe den verkauft ich brauche geld ich kann noch drei mal spielen wenn da zieh durch gewinne jetzt mal was ja habe ich doch gerade hier ist das für wie vielleicht kannst du ihn verkaufen das ist meine das ist meine das ist meine komm hier lag noch bei 691 ach folgen wenn du fahrzeuge ne und zum beispiel im boot oder so du kannst es direkt verkaufen also du hast direkt so auswahl option die rot angezeigt wird da kriegst du direkt coins für das ist sehr glücklich weil ich habe eben auch drei fishing boats gewonnen und ja was immer mit boden auf dem land oh ich könnte gewonnen haben habe ich nein ich habe nicht gewonnen wer hat gewonnen als ob der der schieß wieder der schieß also was ist mit dem cheese los neunmal neunmal gewonnen der macht auch immer drei ja heute hier muss nochmal dazu sagen ganz so wahr stimmt das nicht man gewinnt nur dreifach an items also wenn man einmal sieg macht das geld bleibt immer gleich und der jackpot liegt bei 7,5 millionen münzen bzw der mini jackpot bei drei ja bei drei millionen münzen das ist ordentlich viel also wenn ihr überlegt 128.000 ist ein briefcase und ja wir haben einige sachen inzwischen gewonnen also ich nehme das jetzt nach der aufnahme auf wir haben gewonnen wir haben russischen nutten gewonnen wir haben raketen abschuss autos die natürlich nicht zu op sind gewonnen also sind op aber man hat ja sehr wenig munition muss man dazu sagen die sind auch trotzdem recht selten es gibt viele viele sachen die man gewinnen kann also auch alle möglichen fahrzeuge helikopter kann man gewinnen die man natürlich verkaufen kann oder nutzen kann bis zum nächsten server reset und die admins haben inzwischen das so eingeschaltet dass es nur noch zwischen 9 uhr und 0 uhr abends geht das heißt also 0 also 9 uhr abends und 0 uhr abends das heißt wenn ihr das spielen wollt dann abends weil sonst verursacht er zu viele desings das hat der sandstorm der admin selber gestimmt das skript finde ich ganz cool hier noch mal props an ihn und wenn das bisschen langsamer wenn er ist ich sehe hier durch die komischen helme deswegen besser nein 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 kann ich stecken fahr das auto fahr das auto dahin fahr das auto dahin warum ja ich bin tausend meter in der luft ja läuft bei dir ey warte er kommt i believe i can fly i believe i can touch the sky ja ich habe es überlebt natürlich oh ich glaube mein bein ist verletzt mädig mädig warte wir kommen mit dem raketenwerfer wir rennen mädig ist unterwegs hilfe oh man aber es sieht gut aus es sieht gut aus bernard schon immer noch auf ja ja hallo leute mir geht es wieder gut ja geil leute guckt euch mein gold an ich spiele hier seit 250.000 money und das einzige was ich gewonnen habe war ein freefall und ein hut naja es geht weiter i believe i can fly i believe i can touch this guy die Vielen Dank.